hey leute schön dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei dark cloud den bonus teil und wir gehen wieder rein ich habe nicht wirklich viel auf screen gemacht ich habe die waffe jetzt zweimal abgegradet und sie will einfach immer noch nicht verbessert werden sie will einfach nicht sie will einfach nicht ich hab keine ahnung deswegen dachte ich jetzt machen wir weiter osmond habe ich überhaupt nichts gemacht irgendwie weiß es ist es mittlerweile ziemlich schwer also dauert auch wieder lange aber egal vielleicht brauche ich auch nur ein charakter ach so bevor ich überhaupt da rein gehe sollte ich sollte ich eben kurz meine sachen holen die ich die habe ich vorsichtshalber gelagert so stärker tränke und et cetera also paar sachen mitnehmen guten morgen passt jetzt auch bei mir ist auch ein bisschen morgens na komm hexenhaus hätte ich gerne ja das ist auch noch ein bisschen aufgefallen ich habe viel zu leise geredet ich habe keine ahnung warum also ich war ziemlich leise und deswegen war die war das auch so laut ich habe eigentlich in den sound einstellungen nichts geändert jetzt habe ich ein bisschen was geändert aber auf zehn prozent runter gemacht falls ich wieder ein bisschen ich weiß auch nicht warum also ich versuche jetzt ein bisschen lauter wieder zu reden es tut mir leid dass also manche manche sehen waren leise im spiel mann poste das aber manchen spielen war das als lauter und ja ich dachte das passt soweit aber da sieht man wieder in den zwei ersatz von pulver mit ja make up hat mir immer noch keiner was verraten was man damit machen kann ich habe es seit dem hauptspiel ja stecke trinke lassen wir einfach mal hier die lasse ich auch noch hier die werde ich dann anderweitig benutzen wiederbelebung immer zwei mit flucht flucht brauche ich eigentlich gar nicht ich könnte jetzt noch ein bisschen hähnchen holen brauchen wir ein bisschen heilung obwohl wir so ziemlich gut ohne heilung also fast ohne heilung durchgekommen sind ich glaube nicht dass du was hast hast du hähnchen nein ach so du hast die dinge auch hier toll jetzt fehlt noch dass du noch hähnchen hättest du hast alle kristalle auf alle fünf elemente und nicht das was ich brauchte aber gut passt seifebombe brauche ich alles gar nicht ich brauche gutes hähnchen ich will jetzt aber auch nicht alles durchgehen um zu gucken wer ein gutes hähnchen hat ich weiß ja wer gutes hähnchen hat also gehen gehen wir im kurzen fehlenkönig und dann geht es weiter wir sind ja bei ebene 33 stehen geblieben ich finde das ziemlich gut für ja zwei wochen also ne für die ersten 15 parts wenn es so weiter gut läuft bin ich echt zufrieden das einzige momentane ähm was schwierig ist ist hier sind die sunnets tatsächlich was 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 Okay, ein Wasser. Passt eigentlich so weit. Passt so weit. Okay, wie können wir von hier aus? Ab in den Dämonen schafft. Dum 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 dum. Aber wir haben noch nicht mal die Hälfte erreicht. Wenn wir heute die Hälfte erreichen würden, das wäre gut. Das wäre wirklich sehr gut. Aber schauen wir mal, wie lucky wir heute sind. Wie lucky wir heute sind. Ich nehme das hier mal am einen Tag auf und schneide das natürlich dann für euch. Okay, was? 33? Achso. Wir sind, wir haben, ah okay, ich muss an. Okay, wir sind nicht Ebene 33 stehen geblieben, so wir sind bei Ebene 32. Achso, wir sind jetzt erst bei Ebene 33. Ah, okay, okay. Naja, okay, passt ja auch so weit. So. Ah, die Tante Medusas. Aber du bist auf der Kälte, das ist gut. Ich habe auf, ob wir blocken. Autsch! Gibt es hier irgendwo Wasser? Warte, da ist noch was. Ein Stückchen Klee. Ich muss nicht die Klasse abgeben. Das ist so. Das ist ein Krit. Ah ne, Frost ist eigentlich auch gut gegen sie. Hat die Klebeamulette, okay. Okay, Tante Medusas. Ich will nicht so nah dran gehen. Na? So, müssen wir noch was klauen. 19. Die hätten, wir müssten eigentlich hier 100 geben, ganz ehrlich. Das ist ja echt Wucher. Das ist ehrlich gesagt echt Wucher. Ich hoffe mal, jetzt bin ich besser zu hören. Auch während des Kampfes. Aber das werde ich dann nachher in der Aufnahme sehen. Und da ist zumindest noch was zu heilen. Das ist wirklich hier momentan sehr, sehr, sehr großzügig, was das heilen angeht. Weil das war in den anderen Ebenen, also beziehungsweise in anderen Gebieten nicht der Fall. Also, hier ist ja fast in jeder Ebene eine gewesen. Wenn nicht sogar zwei Wasserstellen. Und sie hat den Ausgangsschlüssel. Perfekt. So, machen wir noch mal ein, zwei Drohnen auf. Wir brauchen Geld. Dann können wir direkt den Ausgang suchen. Okay, der Punkt war heute aber sehr, sehr spät. Meine Verhältnisse ist meine Aufnahme auch sehr spät. Okay, wir könnten... Nee. Wir suchen den Ausgang. Der könnte vielleicht hier vorne schon sein. Das sieht sehr verdächtig aus. Ja, hier ist er doch schon. So, einmal bitte sortieren, bis der nach vorne zeigt. Und dann haben wir 33 erfüllt. Okay, dann muss ich das in den Titel noch umändern. Wir haben ja nur bis 32. Wir sind ja nicht in Ebene 33 angekommen. Ja, das ist verwirrend. Das ist verwirrend. Jetzt sind wir bei 34. Aber wir sind bis Ebene 33 angekommen. Gut, komm, das passt eigentlich schon. schon. So, Kälte. Was will man mehr? Was will man mehr, Leute? Was will man mehr? Wo ist der Ausgang? Ganz ehrlich, wo ist der Ausgang? Und jetzt direkt nebenan. Was will man mehr? 34 erfüllt. 34 erfüllt. 35, wir kommen. Erster Gegner. Und das und direkte Ausgang direkt in der Nähe. So muss es laufen. Also bis 100 Ebene, bitte. Das wäre jetzt krass, wenn wir das schaffen würden. Also da muss ich, da muss ich mal wechseln. Und jetzt hör auf zu klingeln. Du bist schon spät dran, vollidiot. Ich habe heute schon teilweise länger geschlagen. Und ich wollte. Warum kommst du denn heute so spät? Ich dachte, du bist schon längst weg. Okay, wir müssen erstmal hin hier. Oh mein Gott. So, 14 da sind wir jetzt. Erstmal die Meduda. 160. Ja, das dauert aber noch. Ich hoffe, dann können wir endlich die Waffe upgraden. Das wäre echt gut. Okay, du gibst mir den Stuhl. Du gibst mir das nicht. Wir gehen jetzt einfach mal dahin. Ich baue mir jetzt mal ein Zampfer eben kurz. Ich habe noch einen Zampfer. Waffe ist gesunken. Ahöö. Glück oder Pech. Nussbrücken. Irgendwie sehen die so grünen aus. Schleim. So, Waffe, Attribut, Heilig. So, Schlüssel? Nein. Ähm, die Ebene ist ziemlich klein. Wie es so aussieht. Das wäre eine perfekte Ebene, die man hier mit den Augen abwilden. So, die man hier nicht wälzen kann. Ausgangsschlüssel hast du vielleicht? Nein. Knochen-Schlüssel? Oder, ne, die Überschlüssel? Nein, irgendwas zum, zum Verbrennen, zum Verkaufen. Okay, eigentlich brauche ich keine Repertorsprobe kaufen. Von dem kriege ich die einfach mal. Du hast kein Geld. Äh, du, du hast den aus der Schlüssel nicht. Und hinter mir ist noch was. Das braucht mir ein wenig, ein wenig Angst. Du hast den Schlüssel nicht. Warte mal, ich bin auf, heilig, ne? Okay, dann stellen wir das eben hier um. Ich hoffe mal, ich bin wirklich jetzt besser zu hören. Warte. Das wäre ja extrem doof. Ich leiser bin als das Spiel. Ich muss einfach noch lauter, lauter, also noch ein bisschen lauter reden. Leute, schon. Es tut mir auch wirklich leid. Oh, schon wieder kein Schlüssel. Sag mal, Leute, was ist denn hier los? Gibt mir den Schlüssel. Du. Du. Schlüssel, jetzt. Ich bin jetzt im Ausgang. Du. Ich muss meine Waffe reparieren. Kleinen Moment bitte. So. Es kann weitergehen. Nee, okay, ist ja nur... Nur die Reparatur ist eigentlich okay. Ah, gib mir den Schlüssel. Ah, ich glaube, das kommt nicht bis hier hin, oder? Okay. Große Haltkraft. Ich bin noch auf... Kälte, ne? Passt. Die Ebene ist wirklich saugut. Ich kann das nicht trainieren haben. Aber... Wie gesagt, das ist ja alles random. Wie auch immer das funktionieren soll. Selbst das ist kein Problem. Ich muss hier nur zwischen zwei Elementen einfach mal wechseln. Das ist dann nicht immer so schlecht. Vielleicht finde ich neutral ist. Du hast den Schlüssel auch nicht. Äh... Weißt du, die ersten zwei Ebenen waren super. Und jetzt... Nee, jetzt hab ich... Jetzt hat keiner den Schlüssel. Meduso. 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 Medo. Tante Medo. Könntest du mir vielleicht bitte den Schlüssel geben? Wäre dir sehr, sehr, sehr damit verwendet. Deine Enklin, die meine Hauskatze war, wäre dir sehr verbindlich. Ah, komm schon. Komm schon. Not. Okay, da müssen wir jetzt komplett nach hinten rennen. Ja, Bombe. Okay, das ist natürlich jetzt schlicht. Obwohl, die ist nicht so perfekt, da keine Heilung vorhanden ist. Von den Gegnern und von der Größe her ist die angemessen zum Trainieren. Da sind auch halt genug Gegner drin. Ähm... Weil die spawnen respawnen ja immer wieder, ähm... Wenn man halt... die Ebenen immer hin und her wechseln. Also von vorne nach hinten. Lass mich raten. Ich werde jetzt mal die Kälte auch umgehen. Aber wir brauchen Heide. Warte mal. Aber ich werde... Ich werde aber... Ich werde aber die jetzt alle besiegen. Wenn wir schon mal hier dabei sind. Okay. Okay. Lass mich raten. Der... Horn-Ochse da hinten... Hat den Ausgangsschlüssel. Ja. Okay. Der Horn-Ochse da hinten hat den Schlüssel. Ja. Okay. Äh, da können wir auch die Ebene komplett machen. Alles rausluten. Zum Beispiel ein Windstein. Den mir... Den mir eigentlich zum Verkauf nur bringt. Okay. Damit haben wir jetzt die Ebene jetzt auch erf... Erfüllt. So. Einmal kurz was trinken. So. Ja. Trinken ist eine gute Idee. Äh... Lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker hier. Ne. Schön... Schön Zuckerwasser trinken. Und jetzt erstmal den Ausgang. Jetzt die Frage, ob wir jetzt noch in... ... diese Folge noch ein... ... Part schaffen. Ich denke. Ich denke. Ich denke. Wenn ich... War hier ein bisschen länger. Ist ja auch nicht so schlimm. Spielen macht Spaß. Ich will auch, äh... ... die... ... die 100 Ebenen... ... zu eh 100 Ebenen... ... ähm... schaffen. Also von daher passt das. Uh. Waffe ist voll. So. Kannst du dich mal bitte upgraden? So. Immer noch nicht. Sag mal. Was ist denn da nur los? Wie viel Heilig und... ... und... ... und Zauberkraften raus sind bitte noch? Haltbarkeit. Okay. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Ähm... Könnten Memen sein, weil... ... ich finde hier sind gerade zu wenige Leute. Ich finde zu wenige Gegner. Die Karte war schon mal. Oh. Die Ebenen ist groß. Ähm... Vielleicht bräuch ich schon ein bisschen kälter. Na schon. Na komm, mach auf. Mach den... Nimm deine Deko weg, danke. Komm schon. Du brauchst dich nicht schützen. Das ist sowieso keine Chance gegen mich. Ähm... Ich finde gerade sehr wenig. Okay, Klee. Hör auf mit deinen Kartenrücken... ... abzuwerben. Das bringt dir eh nichts. Gib mir lieber den Ausgangsschlüssel. Das wäre... Oh. Ein Augapfel. Okay. Vielleicht werden wir nachher mal eine Ebene machen. Du hast eh keine Chance. Gib mir den Schlüssel. Nein. Ich lass mir den Ausgangsschlüssel geben. Noch ein Augapfel. Noch ein Augapfel. Was geht denn hier ab? Hm... Okay, ne große Kiste. Äh... Nie die Königin. Okay. Mach dir ordentlich scharf. 120. Constantly. Ey, das wäre jetzt witzig gewesen. Schatzthron-Schlüssel. Oh. Wenn du... Wenn du... Wenn sie den Schlüssel hätte. Okay. Wir haben jetzt wieder so... Ey, die haben so viele Augapfel. Das ist echt unglaublich. Ja. Da ist der Ausgangsschlüssel. Okay. Wir öffnen noch die Truhen. Wir legen das Vieh und dann hauen wir ab. Ich denk mal... Oh. Transfeder. Das ist gut. Moment. Ist da hinten vielleicht... was anderes? Ja. Kleed zum Beispiel. Bevor ich die Elemente ändere. So. Einmal bitte. Ich brauch noch ein bisschen Aufnahmepunkte. Deswegen mach ich das. Attribut. Heile. Dann kriegen wir noch... Ja. Das nehmen wir noch im Park mit rein. Ah. Super. Die Süberschüssel brauche ich gar nicht mehr. Okay. Okay. Damit haben wir eben der 36 abgeschlossen. Da, 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 da da. Da, da da, da. Nex insecure! Bis zum nächsten Mal.